Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video dreht es sich heute um ein Paket, das ich aus Deutschland bekommen habe zu meinem Geburtstag. Das ist nämlich von meiner Mami und heute werde ich mal da reingucken und ja, mal sehen, was sich hier drin befindet. Also ich habe das schon hier geöffnet, habe aber noch nicht reingeguckt und jetzt ist der Moment endlich da, wo ich jetzt öffnen kann und das werde ich jetzt auch tun. Oh mein Gott, ich habe Angst. Okay, wir kriegen das gut. Oh mein Gott, Spekulatius-Keks. Das ist so lecker. Ich liebe Spekulatius-Keks, einfach so normal. Oh mein Gott, ich habe erzählt, dass ich, oh mein Gott, was denn? An einem Tag habe ich mal so ein Video gesehen, wo halt wieder auf Facebook gepostet worden ist, ja Spekulatius-Zeit und da hatte ich richtig Bock Spekulatius zu essen und ich glaube, die haben hier das gar nicht, Spekulatius-Kekse. Ganz ehrlich, jetzt ist mein Tag schon gerettet, also ich brauche gar nicht mehr reingucken. Nein, aber oh mein Gott, danke schön. Danke schön. Okay, was ist hier denn noch drin? Ähm, ganz, ja, Schokobons natürlich. Ich habe erzählt, dass ich ganz viele Süßigkeiten mit haben will, haben möchte. Und ja, Schokobons, eigentlich habe ich sie für meine Gastfamilie, für meine zweite Gastfamilie geholt, schon. Aber da ich so viel Hunger hatte, habe ich eine andere Packung, die ich halt mitgenommen habe, so habe ich dann schon aufgegessen und ich kannte halt nicht anders, weil Schokobons so lecker sind. Oh, das ist voll, das ist voller Süßigkeiten. Ich freue mich so. Oh, meine Familie ist keine Süßigkeiten hier. Oh, Duplo natürlich. Geil. Duplo. Oh, Pick-Up, alter. Lecker. 5 plus 1 gratis. Ist das geil. Schokomilk. And again. Oh mein Gott. Und noch eine Packung Schokobons, die habe ich gar nicht gesehen. Ah, Prediction. Okay. Oh mein Gott, ich weiß nicht, wo ich eins machen soll. Okay, warte. Nochmal Pick-Ups. Diesmal, oh mein Gott, das ist eine andere Sorte. Schoko und Karamell. Wie geil. Nochmal Pick-Up. Natürlich Leibniz-Kekse. Oh, eine neue Sorte sogar. Black and White. And Schokobolmilch. Oh mein Gott, das ist der beste Tag meines Lebens. Oh. Also, Ballisto, das schmeckt auch immer richtig gut. Meine Lieblingssorte ist, ich glaube, die grünen. Die grünen oder die lilanen. Die sind echt geil. Und das hier ist Honigmann und Gemark. Habe ich noch nie probiert, aber Dankeschön, Mama. Dann probiere ich das auch gleich mal. Be happy, knustige kleine Doppelkekse mit zart schmelzender Kakao-Creme für momentan, wenn man sich das schon durchliest. Ganz ehrlich, ich habe hier die Schokolade probiert. Und die amerikanische Schokolade schmeckt nicht. Die schmeckt jetzt nicht ganz kacke so, aber die schmeckt schon nicht so gut wie in Deutschland. Also wirklich genießt die deutsche Schokolade, weil deutsche Schokolade ist so lecker. Ich hatte auch zwei Tafeln Milka für meine Gastfamilie eigentlich. Aber die habe ich ja aber aufgegessen. Deutsche Schokolade schmeckt einfach so gut. Wirklich richtig gut. Oh. Das war meine Gastschwester. Sie ist wach. Yay. Oh, ich glaube, ich habe sie wach gemacht. Egal. Oh, wow. Eine Krone. Die habe ich, oh mein Gott. Die habe ich in einem Video gesehen, was meine Schwester für mich gemacht hat. Meine Schwester hat ein Video für mich gemacht. Und oh mein Gott. Ich habe mir das angeguckt und das geht 21 Minuten lang. Ist auch auf YouTube. Und ich musste einfach die ganze Zeit heulen. Das war so süß. Sie hat sich so viel Mühe gemacht. Und sie hat ein Lied selber geschrieben. Also sie hat die Melodie von Ariana Grande. I don't know, wie man sie ausspricht. Aber ist ja auch egal. Into You benutzt. Und hat dann einen neuen Text drauf gemacht. Und meine ganze Familie hat so kleine Videos gemacht. Und oh, das war so süß. Und ich musste die ganze Zeit weinen. Danke schön an euch, an alle, die mitgemacht haben. Ich habe mich echt gefreut. Und ich kann ja, ich kann ja einfach mal den Link dazu in die Improbux einfügen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr euch das ja auch mal angucken. Ist jetzt nicht so interessant für euch. Okay, weil, oh mein Gott, den setze ich jetzt auf. Oh mein Gott, ich bin ja richtig schlecht da drin. Oh mein Gott, ich bin so schlecht. Okay, das lasse ich jetzt auf. Jetzt gehen wir weiter, weiter geht. Oh, ganz viele Luftballons sogar. Oh, wie geil. Oh, das schmeckt so ewig. Habe ich erzählt, dass ich das nicht kann? Wie geht denn sowas? Komm schon, komm schon, komm schon. Okay, ich habe es hingekriegt. Yay. Die anderen sind mir zu anstrengend, aber yay. Oh, ich habe sie jetzt schon. Lind. Ich habe nicht vergessen zu kaufen, weil Lind ist auch eigentlich eine ganz gute deutsche Marke. Und das ist anscheinend für meine zweite Gastfamilie, weil ich gesagt habe, dass mein Gastopa Lindschokolade mag. Aha. Das ist auch für meine zweite Gastfamilie, weil in meiner zweiten Gastfamilie, das ist halt Oma und Opa. Der ist Imker und hat Bienen in seinem Garten ganz hinten. Und dann hat meine Mutter mir Honig eingepackt. Deutscher Honig. Das ist gut. Dankeschön. Danke. Nimm dir Zeit für die Dinge, die dich glücklich machen. Erstmal so sieht die Karte aus. Liebe Davina, am 11.10. wünschen wir dir alles Liebe. Oh, alles, alles Liebe. Alter, ich kann nicht mehr lesen. Wir hoffen, dass du einen tollen Tag erlebst. Mama und Co. Wir hoffen, dass dein Paket rechtzeitig ankommt. Es ist rechtzeitig angekommen. Jetzt noch 26. Der neunter Ball für den 11.10. Oh, yay. Dankeschön für die liebe Karte. Oh mein Gott. Das kann ja nur von meiner Mutter kommen, ne? Sie liebt was. Liebe Davina, Merke. Oh mein Gott, jetzt kommt es. Jetzt kommt es. Das Beste, was du aus schlechten Erfahrungen machen kannst, ist sie als Lernaufgabe anzunehmen. Aus deinem Austauschjahr wirst du für deine Zukunft so viel mitnehmen. Wir denken an dich, Mama und Co. Auch war gar nicht so schlimm, wie ich erwartet habe. Okay, hallo. Hi. 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 Hier passt ja perfekt. Queen for the day. Am 11.10.16. Labina. Aufblastbare Krone. Achso. Wow. Dankeschön. Hier ist sie. Von deiner Familie. Eine Passion Liebe für dich. I got it. Oh. Mit vielen Küsschen und Herzen. Oh. Oh. Yeah. Voll süß. Okay, Mann. Dieses blöde Ding. Jetzt sind hier noch ganz viele Geschenke drin. Und jetzt muss ich die auffangen. Ganz alleine. Nur ihr seid dabei. Nur meine Kamera. So ein bisschen komisch fühle ich mich gerade. Weil heute ist der 14.10. Ich hatte am 11. Geburtstag. Nee, oder? Oh Gott. Geil. Oh mein Gott. Powerbank. Geil. Powerbank Deutschland. Ich hatte noch nie eine. Und ich habe immer die Leute beneidiert, die eine hatten. Und da mein Handy ja eh immer so schnell leer geht, weil es auch ein altes, blödes Handy ist. Oh mein Gott, wie geil. Dankeschön. Ich freue mich richtig. Und die kann ich auch gleich heute benutzen, weil ich habe heute ein Chorkonzert, was auch in knapp einer Stunde anfängt. Und mein Handy hat 30 Prozent. Und ich glaube, in einer halben Stunde geht das eh leer. Deswegen. Oh nee, ich muss ja erst mal aufladen. Scheiße. Egal. Aber danke, das ist ein richtig geiles Geschenk. Oh, das ist ganz schön schwer für so ein kleines Ding. Oh. Mal gucken, was hier drin ist. Amerikanisch Wort für Wort. Warte, was ist das? Ist das so ein Vokabel-Gings? Oh, wow. Dankeschön. Das werde ich mir auf jeden Fall hier angucken. Warte, hier ist eine Kategorie Essen und Trinken. Shopping. Unterwegs. Okay. Okay, ich glaube, ich weiß das. Das ist so ähnlich wie ein Vokabelheft. Dankeschön. Okay, nächstes Teil. Oh mein Gott, was ist das? Was ist das? Warte, ich bin so unkompetent. Ich muss das abzumachen. Warte. Alter. Bluetooth-Lautsprecher. Das ist ein richtig fettes Teil. Hammer. Oh. Super schlankes Design. Starker Sound mit Akku. Ideal für unterwegs. Spielt Musik vom Smartphone, Tablet, etc. Geil. Ich brauchte so ein Teil eigentlich noch nie. Aber. Das kann man auf jeden Fall gut bebrauchen. Yay. Ist ein bisschen großartig. Ich freue mich trotzdem. Weil ich habe eigentlich, ich habe zu Hause einen kleinen. Ich habe so einen kleinen Lautsprecher. Ist das richtig? Kleinen Lautsprecher. Und den habe ich aber nicht mitgenommen. Und ich konnte in die Musik... Oh mein Gott. Jetzt macht es check. Jetzt weiß ich. Oh mein Gott. Ich bin ja richtig dumm. Oh mein Gott. Weil ich fand das immer so... Warte, okay. Ich weiß jetzt, wofür das ist. Oh mein Gott. Okay. Jetzt freue ich mich richtig. Weil ich habe erzählt... Ich habe meiner Familie erzählt, dass ich hier keine Musikanlage habe. Und ich immer nur über meinen Laptop oder über mein Handy Musik hören kann. Und zu Hause habe ich wirklich jeden Tag immer über meine Anlage Musik gehört. Und volle Lautsprecher. Ich habe keinen Tag, wo ich keine Musik über meine Anlage gehört habe. Und Musik... Oh mein Gott. Musik ist einfach das Geilste. Und wow. Jetzt habe ich meine Musikanlage sozusagen. Oh mein Gott. Wie schlau von euch. Dankeschön. Ich war nur zu dumm, um es zu werden. Okay, was ist das? Das ist von Duffy. Duffy. Meine Patentante. Hallo Duffy, grüß an dich. Schon mal. Wieder richtig süß eingepackt. Oh. Kommt hier schon was aus. Warte, wie geht das? Okay, es ist schon ein Schal. Oh. Oh mein Gott. Eins, zwei, drei, vier, oh, fünf. Nee. Doch. Ey, ich kann kein Matze. So sieht die beste Schokolade der Welt aus. Okay. Milka. Deutsche Schokolade. Schätzt es wirklich. Deutsche Schokolade ist so lecker. Oh mein Gott. Dankeschön, Duffy. Das ist so geil. Und die sind alle, oh mein Gott, die sind alle für mich. Ist ja nicht so, dass ich schon zwei Tafeln gegessen habe. Oh, ein Toffee-Fee. Nichts geht ohne Toffee-Fee. Oh, ist das? Was ist das? Oh, so, okay. Ich habe jetzt herausgefunden, wie es geht. Ein. Ein Schal. Den kann ich jetzt ehrlich gut gebrauchen. Also in Amerika wird das nämlich schon ein bisschen kalt hier wieder. Aber für Oktober ist es ganz schön warm. Gut, kein Spur gebrauchen. Dankeschön. Hallo, Davina. Alles Liebe und Grüße zu deinem Geburtstag. Ich hoffe, dass du die Kleinigkeiten, die ich mitgegeben habe, magst. Oh, ja. Aber mit Sicherheit. Und vielleicht dabei auch mal mit einem Lächeln an deine Patentante denkst. Oh, das denke ich... Natürlich, das mache ich immer. Dankeschön. Oh, Mann, die Katte ist voll süß. Happy Birthday. Dankeschön. Ich habe übrigens auch euer Video gesehen. Ich habe dir auch schon eine Sprachnachricht geschickt. Aber das war voll cool, das Video. Da, vielen Dank. Insider. Nein, eigentlich nicht. Ihr müsst euch einfach nur das Video angucken. Das war es auch schon. Und... Oh, mein Gott. Das war der beste Tag meines Lebens. Ich habe so viele geile Sachen bekommen. Oh, Dankeschön. Danke. Danke schön. Ich könnte sterben gerade. Oh, mein Gott. Vielen Dank. Ja, das war es mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Mir hat es auf jeden Fall gefallen. Und... Ja. Dankeschön. Für uns anschauen. Wenn ihr mehr Videos sehen wollt. Von was auch immer. Dann lasst es mich wissen. Schreibt es in die Kommentare. Lasst mir ein Feedback da. Gebt einen Daumen hoch. Oder einen Daumen runter. Mir egal. Ja. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.